Also, es war meine erste Nacht dort und ich sah diesen Typen, aber er war ein Idiot. Das ist der erste für gewöhnlich immer. Alle, bis auf deinen Dad. Oh mein Gott, ist das mein Dad? Wenn man sich entschieden hat, sein Leben laut und proud zu leben, ist das echt die mutigste Sache in der Welt. Jetzt geht's ab hier. Ich bin Tiffany, die neue Nachbarin. Hallo, das ist mein Partner. Hallo. Wow. Ich freue mich nur über ein paar neue Gesichter in der Nachbarschaft. Liebe ist alles, was zählt. Ich bin mir nicht sicher, ob die meisten Leute das auch so sehen. Also, ich finde es widerlich, wie einfach es doch ist, aufgrund negativer Klischees die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Aaron, letzte Nacht da. Ich, ich glaube, ich habe da drüben was gesehen. Irgendwas stimmt mit diesem Ort nicht. Was soll das bedeuten? Hier am Ort wurde ein lesbisches Paar getötet. Sie wussten es und haben nichts gesagt. Du musst aufhören zu denken, dass jeder versucht, dir ständig nachzuspionieren. Marshall und Tiffany sind gute Menschen. Also dann, auf unsere neuen Nachbarn. Auf unsere neuen Nachbarn. Wir sind auserwählt. Auserwählt für was? Es ist sowas wie ein Ritual. Alle zehn Jahre treffen sie eine Auswahl. Siehst du das? Wir sind die Auswahl. Wir sind die Auswahl. Wir sind die Auswahl. Wir sind die Auswahl. Vielen Dank.